Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchella und schattet euch wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder zu einem kleinen Opening begrüßen. Heute geht es mal um was ganz anderes. Es geht nämlich um Kisten, die wir vom Sonnenwindfest bekommen. Und da möchte ich nämlich ein paar Items draus haben. Ich bin ja im Moment fast mit allem in WoW soweit fertig, deswegen bin ich so ein bisschen beim Transmog eingestiegen. Und da habe ich hier in meinem Add on All the Things entdeckt, okay, es gibt jetzt auch ein paar Festsachen. Oder Festtage und gerade ist ja das Sonnenwindfest. Und hier habe ich mir schon über die Marken quasi das Transmog jetzt hier geholt. Also sprich, ich habe einige von diesen Feuerstellen abgeklappert, die Sachen hier geholt. Und jetzt fehlt mir noch ein bisschen was, was bei dem Eventboss am Droppen ist. Und zwar ist das einmal hier diese schicke Sichel, die schon ein ganz cooles Transmog hat. Und dann ist es noch eine Waffenillusion und die beiden möchte ich gerne haben. Wo gibt es die eher? Und zwar, wenn ihr mit eurem Char einmal hier auf den Eventboss lauft, dann gibt es das erste Mal am Tag einen Sack. Und in diesem Sack können beide Items drin sein. Ich habe jetzt schon mit ein paar Chars diese Säcke gefarmt. Hier der Sack heißt Beutel mit gekühlten Waren. Und ich habe jetzt insgesamt auf dem Main-Account und auf dem Second-Account 10 Säcke mir geholt. Dementsprechend werden wir jetzt 20 Kisten aufmachen oder Säcke, je nachdem wie ihr sie betiteln wollt. Und ich habe mir schon rausgesucht, wie da so die Drop-Chancen sein sollen. Und zwar haben wir hier einmal die Sichel. Und die soll zu 5% drin sein. Ich bin ja mal gespannt. Und dann haben wir das zweite Item, die Illusion, die soll sogar zu 6% drin sein. Heißt, mit meinen 20 Säcken müsste ich eigentlich ganz gut hinkommen, dass wir vielleicht beide Items drin haben. Ich habe das die vergangenen Jahre schon mal ein bisschen gefarmt gehabt. Da habe ich irgendwie nichts gekriegt. Also irgendwie diese 5-6% glaube ich fast nicht. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach rein. Und dann gucken wir mal, ob ich die Items kriege oder ob ich ein bisschen Hardcore-mäßiger farm bin. So, also dann machen wir den ersten Sack auf. Und es waren einfach nur Brandblüten drin. Enttäuschend. Dann kommen wir zum zweiten Sack. Und wieder nur Brandblüten. Ich würde sagen, dann schauen wir gleich hier. Nummer 3. Brandblüten. Dann Nummer 4. Ebenfalls Brandblüten. Und dann schauen wir gleich hier rüber. Auf Nummer 5. Brandblüten. Dann Nummer 6. Oh, yes. Ist er das. Todeskälte. Gleich mal lernen. Nice. Nach 6 Dingern habe ich die VZ bekommen. Sehr, sehr schön. Dann schauen wir mal, ob wir den Stab auch noch kriegen. Das müsste Nummer 7 sein. Ich werde mich verzählen. Ich weiß es jetzt schon. So, do la la la. Nummer 8. Leute, es ist halt nochmal das Ding drin. Okay. Alles klar. Dann haben wir Nummer 9. Da war nix. Dann kommen wir zu Nummer 10. Und da war nix drin. Nummer 11. Hm. Wieder nix. Dann müssten wir Nummer 12 haben. Und zwar hier. Leider nix drin. Und dann Nummer 13. Wieder nix drin. Dann Nummer 14. Oh, wieder nur Blüten. Und Nummer 15. Wo haben wir dich? Da. Und? Auch nur Blüten. Dann schauen wir mal in Nummer 16 rein. Da ist die Dings drin. Nice. Nice. Hat echt gut gepasst, ne? 16 Dinger aufgemacht. Zweimal die Rolle. Und einmal die Waffe. Aber jetzt schauen wir in die anderen auch noch rein. Also die 20 machen wir jetzt voll. Vielleicht haben wir sogar nochmal die Waffe drin. Das müsste Nummer 17 sein. Nichts. Dann haben wir noch Nummer 18. Nichts drin. Und Nummer 19. Ebenfalls nix drin. Und dann kommen wir zur letzten Kiste. Und zwar Nummer 20. Mal schauen. Wieder nix. Ich hatte echt Glück, muss ich euch sagen. Erstens, dass ich beide Items drin hatte. Ich habe ja sowohl jetzt die Sense als auch die Waffen-VZ bekommen. Und vor allem, dass ich die Sense auf den richtigen Char gekriegt habe. Denn wenn ich die jetzt auf einem Char gekriegt hätte, wie zum Beispiel hier den Paladin, hätte ich die nicht lernen können, weil ich ja Stäbe nur mit manchen Chars tragen kann, wie zum Beispiel Druids, Monks oder die ganzen Caster-Klassen. Gut. Mich freut es auf jeden Fall, dass ich beide Items habe. Damit haben wir wieder ein bisschen Transmog mehr an der Geschichte. Und ich würde sagen, wir schauen uns nochmal auf den Main, ob der Punkt auch verschwunden ist. Ja, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Wäre auch zu schön gewesen, wenn hier all the things mal einwandfrei frei funktionieren sollte. Irgendwie ist der Boss jetzt immer noch aufgeführt mit der Illusion. Die Waffe ist raus. Ich habe aber nachgeguckt. Ich habe die Illusion tatsächlich. Also da hat nichts gebackt. Ich habe nämlich in Weowert auch ein bisschen nachgelesen. Und da meinten einige, ah, es kann sein, dass es halt auch backt. Aber, ne, die Illusion müsste hier irgendwo sein. Und zwar Todeskälte ist es. Genau. Also die ist hier drin. Scheint bloß vom Addon irgendwie nicht ganz zu tracken. Ich hoffe, das regelt sich die Tage. Denn ich versuche natürlich hier 100% zu kriegen. Und ja, das war mein kleines Opening. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr auch an der Sichtel oder an den Essenzen dran seid. Und wie viele Trials ihr habt. Und vor allem, ob ich Luck hatte. Weil irgendwie kam es mir so vor. Ich habe das die letzten Jahre schon mal gefarmt. Und da meine ich, dass ich mit ziemlich vielen Chars gefarmt habe, was ich nichts bekommen habe. Und jetzt 20 Trials ist eigentlich okay. Das kannst du an einem bequemen Abend eigentlich mit ein paar Zwingsts farmen. Okay, damit verabschiede ich mich. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.